Nach Amerikas Annäherung an Kuba werden jetzt nicht nur McDonalds und Co. Geld auf die arme Insel spülen und das kommunistische Bild des Landes verändern. Das und ein Pizzadienst im Brüsseler Vorort Molenbeck gab den Hinweis zur Verhaftung eines Attentäters von Paris. Unsere Themen, einen schönen Abend. Bundespräsident Fischer war schon da mit großer Wirtschaftsdelegation. Barack Obama ist soeben mit Unternehmensbossen angereist. Und als bräuchte es noch mehr Beweise, dass das einst isolierte Kuba wieder fest um Abend wird, kommen an diesen Freitag auch noch die Rolling Stones. Welche Auswirkungen hat die prognostizierte Goldgräberstimmung auf das seit Jahrzehnten konservierte Kuba? Das fragen sich auch Österreicher. Hier wird Kultur vermessen. Das Unternehmen Linsinger aus St. Johann in Pongau hat sich auf die Vermessung von Kulturgut spezialisiert. Aktuell hofft Geschäftsführer Stefan Linsinger auf einen Deal mit Kuba. Es geht darum, die historische Altstadt von Havanna einfach komplett dreidimensional von innen und außen zu vermessen. Also nicht einfach mit Vermessungsgeräten, sondern mit Hightech-Geräten, um eine Dokumentation zu schaffen, bevor Havanna sich verändert. In den vergangenen Monaten wurden massive Weichen gestellt. Die US-Hotelkette Starwood übernimmt Luxushotels in Havanna. Der größte Unternehmensdeal zwischen den USA und Kuba seit der Revolution. Auch zahlreiche Großkonzerne aus Deutschland, etwa Siemens und VW, klopfen schon an. Die Amerikaner wahrscheinlich würden am liebsten das ganze Land kaufen, aber es gibt einfach dermaßen strenge Regularien, dass es einfach nicht möglich ist. Es ist aktuell möglich, dass nur Kubaner dort kaufen können. Du kannst kein Geschäft da drüben öffnen, du kannst keine Firma drüben öffnen, weil es muss immer 51 Prozent, muss de facto ein Kubaner sein. Die österreichische Wirtschaftskammer hofft ihre Lieferungen von 10 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren auf 50 Millionen Euro zu verfünffachen. Eine Schwierigkeit für Investoren ist, dass Kuba in zwei Währungen handelt. Das schafft eine Parallelwelt. Das Hauptproblem ist, dass da drüben zwei Währungen sind. Also die ausländische Währung, die inländische Währung. Und das zu vereinfachen oder das abzuschaffen, das wird noch ein langer, langer Weg dorthin sein. Ähnlich sieht das auch die Kuba-Expertin. Erste Schritte der Öffnung hatte Kuba schon vor fünf Jahren gesetzt. Seit 2011 im Zuge dieser Liberalisierungsmaßnahmen ist auch Kuba interessiert, sich zu öffnen. Das heißt, das war 2011 und jetzt sind die ersten Besuche. Das heißt, das ist einfach ein langfristiger Prozess. Denn Kuba ist in vielerlei Hinsicht in den 60er Jahren stehen geblieben. Das war über viele Jahre ein sozial-realistisches System. Das heißt, ihnen wurde vorgegeben, was zu tun ist. Wenn jetzt ein Liberalisierungsprozess stattfindet oder auch Demokratisierungsprozesse, dann muss die Bevölkerung damit lernen, umzugehen. Stefan Linsinger will diesen Prozess jedenfalls begleiten. Jetzt sucht er Investoren.